Oh, was ist denn das? Wow, ein neues Motorrad! Hier, kochen Werkzeug. Auspacken angesagt. Wow, klasse! Nehmen wir die Reifen raus. Wow, fertig! Das ist der Kofferraum. Und da ist der Sitz. Lenkrad. Und jetzt bauen wir unser Motorrad zusammen. Bringen wir die Reifen an. Fertig! Wow, ist der schön! Los geht's, Freunde! Jetzt bin ich ein richtiger Polizist. Komm mal, warte. Los geht's. Wir setzen uns auf uns, go ein kurzer Emotor. Die Reifen ist immer noch nicht so zu viel. Da ist immer noch nicht so zu viel. Und da wird immer noch das, was wir machen. Oh, das ist der Kofferraum. Also haben wir hier richtig. Also, wie viel das sind, wenn wir «Kick-Kick-Kick-Kick-Kick-Kick-Kick-Kick-Kick-Kick-Kick-Kick-Kick-Kick-Kick-Kick-Kick-Kick-Kick-Kick-Kick-Kick-Kick-Kick-Kick-Kick. Super Motorrad! Tschüss!